Und herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2, wo ich ja jetzt rausgefunden habe, was man machen muss. Kann ich die Seife aufheben? Danke. Wir müssen den Typen auf den Rollstuhl rauslocken. Damit der uns hier folgt. Und wir einfach in Ruhe das Licht anmachen können. Zack. Jawohl. Bleibt er nämlich hier. Und wir können in Ruhe den Rollstuhl nehmen. Und uns hier hin bewegen. Ganz easy und gediegen. Anholi-Dinger. Oh, shit. Natürlich. Klar. Warum nicht? Ich kriege Anfälle. Die bewegen sich alle. Oh, Gott. Sehr gut. Ich kann den Stuhl nicht schieben, ne? Komm aber auch nicht an das Ding ran. Ich kann den Stuhl nicht nach links und nicht nach rechts schieben, oder? Hm, 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 hm. Aha. Sehr gut. Ja, damit Bitte lass mich hier raus Nimm die Scheiße und lass mich hier raus Lass mich raus, lass mich raus Lass mich raus Die brauchen wir jetzt Und dann können wir eigentlich direkt weiter Mal raus Die nehmen wir mit Den Ball nicht Das hier will ich mitnehmen Schließen sich die Türen jetzt auch wenigstens wieder Und dann Was Eine Nimmt hoffentlich er raus Ja, sehr gut Gut mitgedacht Dass sie mitgedacht hat Finde ich sehr gut Meine ist drin Jetzt fehlt nur noch ihre So Geil Geht weiter Wenn noch mehr Tore Komischer Doktor ist hier nicht Das sind nur Puppen Ach ne Warum muss es denn hier unten dunkel sein Oh Nö Muss das denn Das muss doch nicht sein Oder Oh man Scheiße Lass die liegen Lass die einfach liegen Ich wusste es Ich wusste es Ich wusste es Oh ne Noch so ne scheiß Hand Mach das doch kaputt Verpist euch Scheiß Hände Die Bretter weg Halt dich Halt dich Oh ne scheiß Hand Mach schneller Oh die Hände ist weg Ich helfe dir Fuck Okay Durch hier Ach du Heilige Scheiße Das sind doch die Aus Aus der Aus dem Schiff Ach du Kacke Ach du Scheiße Was ist er denn Oh mein Gott Ich hätte nicht die Taschenlampe nutzen sollen Ich raste aus Der macht Puppen Alter 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 Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Scheiße Oh fuck Wir brauchen was zum Werfen Und das liegt da hinten Das Zeug zum Werfen Ich krieg einen Anfall Ich krieg's kotzen Scheiße Ganz ruhig Das schaffen wir Ach kacke Ach kacke Nein Dumme Sau Dumme Sau Ich hab's nicht gesehen Durch die Range Die haben Medizinschrank gerade Glaube ich Ach Kacke Ach Kacke Das gehört sich zu den Trümmern der Zeug hier in Schotten Ist er bei mir? Es geht hier weiter Braucht ihr einen Spielwürfel Ich brauch nur diesen Würfel Komm Kacke anders hin Oh meine Frise Oh meine Frise Oh scheiße Oh kacke Oh meine Nase War schlecht Ich hab den Würfel noch Perfekt 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 Was ist er denn? Ist das ein Arzt Oder was ist das? Was er ist Ich weiß es einfach nicht Was er ist Will's auch gar nicht wissen Was er Will das einfach nicht wissen Könnt auch der Pfleger sein Könnt auch der Pfleger sein Wenn er nachher gleich An irgendwelchen Sachen rumformt Dann ist es schon der Arzt Denk ich So 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 ein Schlüssel Komm mir einfach mit Riese Da geht's nicht lang Mal hier durch Warte mal Komm rein Widerliche Kacke Kacke Scheiße Wo ist der Schlüssel Jetzt Auf Dahin Irgendwie hier Gucken Und die Tür Nicht aufmachen Ja Ja Schnell Jetzt Ein Gott, das ist ekelhaft. Ja, das Ding. Oh. Hol mich zurück. Hol mich zurück, Scotty. Geh mir ab. Komm hier rein, den Schlüssel. Komm auf, auf das Brett. Bisschen hier hoch, ne? Ja. Kacke. Komm mal hier hoch. Hallo? Geh doch. So. Und nun? Wie lang? Wahrscheinlich so. Ja, so. Puh. Alter Schwede. Alter Schwede. Jetzt bleib doch dran hängen! Nein! Och. So. Ah, da fehlt wieder ne Sicherung. Ich höre schon wieder. Ich höre schon wieder. Und dann zieh. Okay. Ich wam jetzt hier also um die Toten. Na komm. Lass mich hoch. Oha. Er lebt noch. Er batmet. Oh Gott. Ein... Lüpf doch da hoch! Ah, was? Ah, ich muss mich jetzt dann festhalten. Dann kommt er angerannt und muss sich um den Dude kümmern. Okay. Jetzt kommt er. Der kümmert sich schnell um den. Heit hab ich Zeit. Komm schon! Jetzt lass mich doch hoch! Schnell, schnell, schnell! Schnell, schnell, schnell! Puh! Puh! Oh Gott! Oh Gott! Scheiße! Oh Scheiße! Gimme was. Uh-huh. Oh shit! Scheiße! Såtert! hombres Naa! Oh, lass mich raten, wir brennen den jetzt. Lass mich raten, wir machen die Tür zu. Nein! Was ist das? Wir zünden den hier an. Wir zünden den hier an. Wir müssen den anzünden. Wir müssen den anzünden, um es gehen zu können. Oh, ich wollte es schon sagen. Gott, es ist dran. Nein, ich zünden den hier an. Voller, das ist hinbleiben. Erstens, nicht schaden. Oh, wer habe ich nicht gefunden? Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Da würde ich sagen, wir haben es geschafft. Wir gehen noch raus. Wir gehen noch hier raus. Komm, helf hier. Und dann gehen wir. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von der Diener. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.